Meine Damen und Herren, ich habe eine Überraschung für Sie. Und ich kann Ihnen sagen, es war für mich auch eine große Überraschung. Vor einigen Monaten bekam ich einen Anruf aus New York, von meinem Büro, das ich in New York habe. Und einer meiner Mitarbeiter dort sagte, da war ein Herr am Telefon und er möchte mich sprechen. Und dieser Herr sei ein großer Fan von mir und hat einen Walzer komponiert und möchte unbedingt, dass ich diesen Walzer spiele, mit meinem Orchester. Ich kann Ihnen sagen, ich bekomme fast jeden Tag solche Anrufe oder Mails oder Briefe von Leuten, die mir sagen, dass sie einen Walzer komponiert haben und dass ich ihn spielen muss. Und die Erfahrung hat mir gelehrt, dass in all diesen Jahren noch kein neuer Johann Strauss aufgestanden ist. Und ich bevorzuge noch immer die Walzer von Johann Strauss. Aber wo ich den Namen von diesem Mann hörte, bin ich fast in Ohnmacht gefangen. Ein weltberühmter Schauspieler. Der allergrößte Hollywoodstar, den wir jetzt in dieser Zeit haben. Dieser Mann hat vor 50 Jahren, da war er noch Musiker, gewechselt zu Filmen. Und in dieser Zeit, als er Musiker war, hat er einen Walzer komponiert und diesen Walzer auf Papier geschrieben, aber nie zu hören bekommen. Er hat diesen Walzer noch nie gehört, hat sich nie getraut. Dann hat er mich vor einigen Jahren im amerikanischen Fernsehen gesehen und gesagt, dieser Mann muss meinen Walzer spielen mit seinem Orchester. Und ich habe ihm ein Telefon gehabt, es war sofort einen riesenguten Kontakt, ein unglaublich freundlicher Mensch. Ich habe ihm gesagt, schick mir die Noten. Und er hat es gemacht. Wir haben den Walzer aufgenommen. Und ich kann Ihnen sagen, meine Damen und Herren, dieser Walzer ist unglaublich schön, spannend, romantisch, packend, filmisch. Und ich bin unglaublich stolz, dass wir diesen Walzer hier heute in Wien uraufführen können. Und ich bin noch viel mehr stolz, dass dieser weltberühmte Hollywoodstar aus Los Angeles hierher geflogen ist und hier heute Abend bei uns ist. Geben Sie ihm einen Riesenapplaus, Sir Anthony Hopkins. Geben Sie ihm einen Riesenapplaus, Sir Anthony Hopkins. Und jetzt, meine Damen und Herren, spielen wir diesen herrlichen Walzer, die Sir Anthony komponiert hat. Und der Name ist sehr passend. Und die Wallze gehen auf Deutsch. Und der Walzer lebt weiter. Sir Anthony Hopkins. Und der Walzer lebt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 «ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020